Oh, oh hallo. Ihr fragt es sicherlich, warum der rote Anzug? Nun ja, es ist Weihnachten. Und das Geschenk von mir für euch? Naja, das bin immer ich. Und ich werde den Kanal jetzt die ganze Woche übernehmen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wem musste ich nur dafür die Eier kraulen? Ich darf es euch leider nicht verraten, aber sein Name reimt sich auf Polverine. Ach ja, und außerdem wollte ich euch noch Bescheid sagen, dass meine wunderbare DVD im Handel erhältlich ist. Ist das nicht unglaublich? Kauft sie euch jetzt. Naja, ich wünsche euch dann viel Spaß diese Woche und wir sehen uns also. Bis dann.